Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier live vom Genfer Autosalon. Der Genfer Autosalon steht mehr denn je im Zeichen der Elektromobilität. Kaum ein Hersteller, der hier Flagge zeigt, der nicht Hybride oder Brennstoffzelle oder anderweitige alternative Antriebsstrategien anbietet. Aber natürlich denken die Hersteller nicht nur an die Zukunft, sondern auch an die Gegenwart. Das heißt, es gibt jede Menge interessanter Modelle vom Kleinstwagen über Sportwagen, vom SUV hin bis zu klassischen Limousinen, die hier auf ihre Käufer warten. Wir zeigen Ihnen die Highlights dieser Messe und ich wünsche Ihnen bei unserem ganz persönlichen Rundgang viel Spaß. Zur Premiere beim VW-Kunzernabend saß Walter Rührer am Steuer. Jetzt ist es in der der Porsche 918 Spyder mitten auf dem Porsche Stand in Genf. Die Zuffenhausener kombinierten hier einen V8 Rennmotor mit drei Elektromaschinen. Keine 7,5 Minuten soll der 918 für die Nürburgring-Nordschleife benötigen. Im Schnitt kommt er mit unter 3 Litern Sprit aus. Eine Zukunftsvision? Ja! Denn wann das Auto in Serie geht, ist noch offen. Eine Zukunftsvision ist auch der Mercedes F800 Style. Am F800 Style ist alles neu. Die Studie von Mercedes zeigt ein Design, das wir ab 2013 an der neuen C-Klasse sehen werden. Statt Kanten gibt es fließende Linien, das Vier-Augen-Gesicht weicht einem katzenhaften Blick. Die Plattform eignet sich für den Antrieb mit Brennstoffzelle oder den Einsatz eines Hybridantriebs. Giulietta heißt der neue Hoffnungsträger bei Alfa Romeo. Mit dem Kompakten wollen die Mailänder an die Erfolge der Giulietta aus den 50er Jahren anknüpfen. Völlig neu ist die Plattform. Multi-Air-Motoren sollen für Effizienz sorgen und mit bis zu 235 PS das Cuore Sportivo des Fahrers höher schlagen lassen. Sicherheitshalber übernimmt das Design Elemente des Supersportwagens 8C. Der kleine Alfa mit dem Namen Mito kommt als 170 PS starkes Topmodell Quadrifoglio Verde auf den Salon. Quadrifoglio Verde heißt grünes Kleeblatt, das schon traditionell die schnellen Varianten von Alfa kennzeichnet. Ganz neu ist im Mito das Doppelkupplungsgetriebe. Alfa nennt es DDCT und kombiniert es mit einer serienmäßigen Start-Stopp-Automatik. Renault bringt Wind in die Modellpalette. Der 3,83 m kurze Zweisitzer ist ein offener Ableger des Twingo. Das Haartop des Wind lässt sich in 12 Sekunden elektrisch versenken. Egal ob offen oder geschlossen, der Kofferraum bietet ein Volumen von 270 Litern. Auch offen, auch eine Weltpremiere, Renault zeigt die zweite Generation des Megane CC. Sein Glasdach lässt sich per Knopfdruck in 21 Sekunden versenken. Vor zu viel Wind im Megane schützt die vier Passagiere einen Deflektor, der zwischen den hinteren Kopfstützen installiert ist. Im Glasdach Her auf jeder Kofferraum! 플루